O du fröhliche, O du selige, Gnade regnende Aus! Das klingt ja furchtbar. Ja, wie zu Hause. Ruhe da drüben! Guten Abend erstmal. Guten Abend. Eigentlich heißt es ja Bonsoir. Was soll das? Ja, das stimmt doch. Das Stück spielt in Paris. Wir spielen doch auf Deutsch, oder? Ja, keine Sorge meine Damen und Herren, wir spielen natürlich auf Deutsch. Ja, wir können doch gar kein Französisch spielen. Wir sechs Schauspieler. Wir sechs Freunde. Na ja. Spiel zwölf Freunde. Jeder zwei. Wie hast du das denn so schnell errechnet? Stimmt es nicht? In zwei Familien. In zwei Wohnungen. Aber auf nur zwei Balkons. Und das zu Weihnachten.